Das war's von hier oben. Ich sage danke und gebe ab zum Kollegen am Spielfeldrand mit ersten Stimmen zum Spiel. Es wird auf dem Platz einfach zu wenig gesprochen. Vielleicht liegt es an der Kommunikation, ich weiß auch nicht. Die Sanitäter haben mir eine Invasion gelegt. Wie gesagt, der FC Tirol hat eine Obduktion auf mich. Ich habe eine Struktur. Also vom Feeling her habe ich ein total gutes Gefühl.